Wir sind jetzt bei «In Algerien», das ist ein Buch aus deinem Bildband «Algerien, der unheimliche Krieg». Wie hat dich diese Arbeit dort selbst, dich persönlich verändert? Also wie gesagt, ich kam 1991 in dieses Land, das waren die freien Wahlen, da war Demokratie in der Luft, ein bisschen wie heute jetzt, das wiederholt sich jetzt. Und da habe ich dann gemerkt, die Wahlen gingen schief, dann kamen die Militärs zurück, dann gab es einen Putsch, dann kamen die Islamisten und ich war immer noch da und hatte immer noch diese Kamera, die auf der Brust blickt und man läuft so rum und macht die Fotos, ohne dass die Leute wissen, was es ist. Man sieht die Kamera, es ist nicht eine versteckte Kamera, aber sie kommt nicht vor Sauge und die Leute können sich nicht vorstellen, dass man fotografieren kann, ohne durch die Kamera zu gucken. Und so habe ich das dann gemacht und hatte drei Vorteile. Ich sah aus wie ein Kabile, wie einer von dort. Ich hatte diese Kamera und ich hatte die Freunde, die ich machen konnte während einer Zeit, wo der Aufbruch war und Demokratie und so weiter. Und mit diesen drei Vorteilen konnte ich dann weiterarbeiten, währenddem andere Journalisten erschossen wurden. Dieses Bild jetzt zum Beispiel, wenn wir da kurz sagen, das ist die Zeit, wo das dann gefährlich wurde und dann hat das Regime auch zum Kontrollieren der Journalisten gesagt, wir beschützen dich jetzt. Also wir geben dir Bodyguards mit und du arbeitest so. Das ist natürlich zweischneidig. Einerseits Sicherheit in Anführungszeichen, andererseits weisst das Regime dann, mit wem du sprichst und wohin du gehst. Und da war ich mit einem Polizeiauto, das nicht als solches Grenzseite ist, mit drei Polizisten drin. Und dann waren wir in einem Verkehrsstau und man konnte nicht weiterfahren. Und anstatt eine Sirene aufs Dach zu machen, haben die einfach ihre Waffen rausgehalten. Und ich habe meine Kamera rausgehalten und habe parallel zu diesem Arm abgedrückt. Und er hat nicht abgedrückt. Aber so entstand das Bild. Und er hat nicht abgedrückt.